mutters behausung mutti kannst du mich abholen weil ich scheiße gebaut hab so ist es so ich habe auch die katze dabei ist es leuchtend ist bei mir in der nähe und schleicht hier rum er hat mich entdeckt sehr gut denn wenn wir wenn ich in eurer nähe bin dann repariert ihr schneller da oben sehe ich eine kommt her in der killer hätte der es ist der fallensteller sehr gut ich mache mal den jen weiter der andere hat ihn jetzt aber ich glaube er hat nicht gesehen ja er hat ruin deswegen will ich das ding jetzt hier doch durchziehen und es ist weg ruin er kommt auf den jen zu den er gerade er gerade angegangen ist ich gehe retten ja ich gehe doch nicht retten ja ich habe eine palette gewastet dummerweise dumm ich hätte einfach abhauen können er ist erwischt im schrank schatz bist du im schrank ja aber er verfolgten direkt neben mir wen anders deswegen hoffe ich einfach mal dass ich hier mit dem blauen auge davon kommen wo bist du also nicht in der hütte wo ich gerade bin wo ist denn die killerhütte wenn du mich siehst ich bin gleich fertig ein bisschen links von der links ich komme zu dir ich bin gleich fertig bleibt er versteckt sich irgendwo nicht kommen dazu ich sehe dich weil du verletzt bist ja er kommt auf uns zu er kommt her soll ich mich zeigen okay er verfolgt mich ungünstig so er wird mich gleich haben du hältst du ihn aber gut hin schon mal so hopp oh fuck da drüben bist du komplett alter tierisch erschreckt ich habe ihn auf einmal aus dem blick verloren und dann kam er direkt in die ecke geflitzt ähm zwei sind oben am jen genau an dem ahja kommen die in deine Richtung mhm eine kommt in deine Richtung und ich glaube die rennt wirklich auf dich zu die hilft dir alter boah voll erschreckt grad soll ich dich mal retten mhm ja ne ich glaube der andere kommt auf mich zu ne der wird glaube ich verfolgt oder ja 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 der wird verfolgt einer muss mich retten okay also der andere dude der lenkt ihn gut ab und vor allem weit von mir weg so du könntest mich dann gleich heilen oder ja okay heil dich ne so ähm wollen wir von mir aus hinter mich gehen da ist bestimmt noch ein jen er geht äh du siehst ihn ja ne äh hab jetzt nicht mehr hier ist ein jen hier ist ein jen hier ist ein jen also wo ich jetzt ach du hast dieses ach scheiße ich muss retten ne komm doch jetzt erstmal her ne nein da ist doch der struggle schon ja du hast recht da komm zu mir dann renn nicht zu dem dude am haken ich bin im schrank ich hoffe es geht okay ich bin wieder im jen ne alter fuck der hat einmal dagegen getreten der hat wahrscheinlich pop also ne dass er ihn voll runter gesetzt hat zum vierten also ein viertel ja stell dir wieder fallen auf ich hab noch gar keine einzige gesehen ja aber da hat die schon ich bin jetzt in der hütte in der mitte hier könnte die falle sein oh yeah die machten jen ich komme dazu wo ist das wo ihr vorhin den jen gemacht hast von der position aus bist du zu mir geraten hast mich gerettet aber wir sind gleich durch du kannst eigentlich zum ausgang gehen wir sind in er kommt drei schafft ihr es noch ja jo ich bin direkt am ausgang und zwar an dem hm weiß ich nicht ich glaub der der weiter weg ist von dir echt zu den links okay da komm ich auch hin er geht wahrscheinlich zu dem linken ich geh zum rechten ja sehr gut kannst du aufmachen naja die andere wird ja gehittet können wir nicht aufmachen ja wollen wir den anderen ausgang noch so ein bisschen präparieren weil der ja in der nähe ist der andere ausgang ist auch fast offen ja ja ist der andere dran ja alle fast hundert prozent er kommt her ich lenke ihn ab er hat eine falle dahin gemacht bei dem ausgang du kannst retten du kannst retten aber nicht das ding hier du kannst retten er ist bei dem anderen ja ich gucke nach fallen deswegen und jetzt nicht zu dem ausgang der in der nähe ist da ist eine falle den anderen oh hier ist er doch nicht zum anderen der andere falle hat jemand deaktiviert irgendjemand hat auch gemacht okay so jetzt muss einer vielleicht für mich nochmal tanken ich bin noch nicht in deiner nähe ich komm weg ich komm weg ich schaff's sehr gut er hat aber auch getankt sehr gute runde richtig spannend aber ich vermute jetzt auch mal der killer hat nicht so niedrigen lassen level der war schon gut das team war echt gut hier das vermute er dass er einen niedrigeren level also einen niedrigen level hatte ja ja keine ahnung steht nicht da ja noch nicht weil noch nicht alle draußen waren oder ja ist das immer so ja steht immer noch nicht da hä steht nicht mehr da das ist das neue rang system oder was ja wahrscheinlich dass man es nicht mehr sieht das ist doch blöd barbecue hatte der echt aber guck mal der hat alles lila ich denke schon der hat ein der hat ein da können wir jetzt spekulieren ich sag mal der hatte bestimmt so level na so wie ich 9 das würde mich jetzt aber schon interessieren du mich auch 9 verdammte axt 10 10 9 12 32 32 32 33